Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable. Heute gibt es wieder eine Folge von Was denkt mein Pferd? Zusammen heute mit Honey Honey. Wir werden mal ein bisschen schauen, was wir mit Honey Honey machen. Vielleicht das eine oder andere sind oder vielleicht auch ein Austritt. Ja, wie ihr schon seht, stehe ich hier im Stall bei Honey Honey und wir müssen Honey Honey leider erst einmal einkleiden, denn wir haben noch kein Set für Honey Honey und müssen ein neues aussuchen. Neues Set? Das klingt gut. Bitte was sehr hübsches. Ich möchte schick aussehen, wenn ich heute rausgehe. Darf ich mir mal was besonderes aussuchen? Was mit Sternen? Oh ja, mit Sternen. Ich möchte schick aussehen, wenn ich heute rausgehe. Auf in die Side-Arena. Es wird Zeit, dass Honey mal wieder ein bisschen trainiert wird. Und ja, man sieht schon, Honey hat ein bisschen was angesetzt vielleicht und deswegen ist, glaube ich, die Side-Arena genau das Richtige. Hallo Leute, wie geht's euch? Alles fresh? Lass uns ein bisschen trainieren, das wird super. Es kann losgehen. Ich bin super gut drauf und bin sicher, ich schaff das. Dann lass uns mal loslegen, Honey Honey. Ich bin sicher, du schaffst das. Oh je, die sind doch etwas hoch. Aber ich gebe mein Bestes. Ich kann das. Ich bin sicher, das ist ja toll. Musik 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 Achtung, aus dem Weg, lasst mich durch, Pony Power Super gut gemacht, Honey Honey, ich wusste, wir sind ein gutes Team Musik Yay, wo geht's nun hin? Ähm, Mandy, wo willst du hin? Nee, nee, da werden ja meine Hufe nass, das geht nicht Musik Mach mich schön und gib mir was Leckeres zu essen Musik 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 Guckt mal wie schön ich bin, hi, hallo Heute machen wir zum Abschluss mal das Szenen in Epona, weil ich das schon so Ewigkeiten nicht mehr gemacht habe und ich glaube Honey Honey ist da auch ganz gut drin, also zumindest habe ich die Ponys eigentlich ganz gut in Erinnerung bei diesen Szenen. Ich habe schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht, deswegen kann es durchaus sein, dass ich vielleicht ein bisschen faile, aber ich glaube, wir kriegen das hin. Na klar, das schaffen wir. Musik Ups, wo kommt das denn hier? Musik 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 Ich springe wie ein Flummi, ich bin nicht zu schlagen, ich fliege quasi über die Hindernisse. Hui! Musik 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 Schnell wie ein Auto, ich bin ein Auto, wir haben es gleich geschafft! Musik 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 But I'll cherish every day Until you come my way this season